Ja, hi Leute, wir sind hier in Larch bei Lightwell & Friends zum zehnten Mal, große Jubiläum. Lightwell lädt ja jedes Jahr ein, um ihre Kunden und Interessierte und Freunde mit auf den Trail zu nehmen. Und jetzt wurden wir eingeladen, Julian und ich. Ja, mal gucken, was die Trail zu bringen. Aussicht ist auf jeden Fall schon sehr vielversprechend. Und ja, jetzt starten wir mal den Tag. Alles klar, jetzt zeigen wir euch nochmal die Aussicht hier. Und dann kann's losgehen, bis später. Gut, gut. So, der erste Tag ist vorbei. Heute sind wir zur Tatsche Alm hochgestrampelt. Es waren so 600 Höhenmeter, war ganz knackig, ziemlich steile Rampen und so. Und dann ging es ordentlich runter. Also gute technische Trails. Für mich eine relativ neue Erfahrung auch. Hat aber tierisch Bock gemacht. Und ja, mal schauen, wie das Wetter morgen wird. Die Vorhersage sieht ja nicht so rosig aus, aber gucken wir mal, was morgen so bringt. Bis morgen. Ciao. Los! 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 Los!